gut kick freunde wir müssen leider über bochum wolfsburg sprechen ja ich weiß ich weiß nicht freunde ich dachte die rückrunde wird anders wir waren wir waren gehypt die habt ihr eine vorschau mit bekommen wir waren optimistisch beide für wolfsburg getippt ja und jetzt müssen wir eine einzelne niederlage gegen den vfm bochum besprechen stimmung ich frage dich mal kurz wie wie ja wie geht es dir auch privat vielleicht nicht nur auf wolfsburg bezogen einfach wie geht es dir ja okay ja so fühle ich mich auch tatsächlich so geht es wahrscheinlich auch vielen unserer zuschauer ich habe mich vor dem spiel habe ich extra so ja was heißt euphorie ich habe jetzt kein absolutes spitzenspiel von uns erwartet das kannst du auch nicht tun weil du einfach zu weit unten dafür stand aber ich habe schon bewusst ich muss meine erwartung runter schrauben und dann sehe ich auch nur die aufstellung und da fängt und da fängt schon an da fing schon an und da ja da war es auch schon gelaufen und wie sie dann auch angefangen haben zu spielen war dann das das nächste also ich sag mal so ich war nicht sicher in der abwehr also man hat nur ein gegenteuer gekriegt aber ich hatte nie das gefühl in der abwehr die waren richtig sicher spielst du da gegen einen mittelmäßigen bundesligaverein nichts gegen bochum aber ich meine jetzt so mit mittelmäßig meine ich ich glaube ich glaube ich glaube die ich glaube die zuschauer verstehen schon was ich habe gemeint ist frank ab frankfurt würde so was hart bestraft werden da würdest du 4 0 wahrscheinlich untergehen weil bochum war auch war und ist sicherlich auch noch eine mannschaft die ihr nicht gut in der chanceverwertung kein disrespekt an bochum die die haben uns 1 0 geschlagen also wer sind wir die die schlecht über buchung sprechen wollen aber ich glaube ich glaube der gedanke ist angekommen was was damit gemeint ist ja also ich finde die saison solide stehen da nicht unverdient auf dem elften platz jetzt aber es ist halt es ist es ist halt nicht eine mannschaft wo du sagen kannst gegen die hast du jetzt einzelne verloren ok mutterputzen weitermachen mein gott niederlage gegen gegen bochum ist eingeplant das ist nicht ich sage auch ganz ehrlich ich hatte auch meine erwartung runtergeschraubt vor allem wie die hinrunde geendet ist das war das war nichts das wissen wir alle aber ich dachte jetzt mit der vorbereitung das test spiel das war das offensiv zumindest die ersten 25 minuten sehr gut aus gegen paderborn klar vier gegentore kassiert aber da dachte ich schon kofeld hat jetzt hat er die die paar tage genutzt und die mannschaft eingeschworen das werden drei punkte gegen bochum das wird kein schönes spiel aber das werden drei punkte aber nicht mal auch dann nicht mal einen punkt zu holen und wirklich 1 zu 0 zu verlieren und auch wirklich nicht kein gutes spiel zu zeigen das ist auch einfach weiß ich nicht ich sage ja mit kopfschütteln 90 minuten weil ich konnte es nicht fassen weiß ich nicht was ich da jetzt analysieren soll also ich ich hatte ja das die hoffnung dass man nach diesem paderborn test spiel da hat man ja wirklich sehr viele gute offensive ansätze gesehen da dachte ich mir ja das ist offensiv sehr gut auch dieses pressing dass sie gegen paderborn gespielt haben und ich will auch nicht das ist auch wieder soll nichts gegen bochum sein aber paderborn und bochum liegen normalerweise nicht so weit auseinander von der stärke her und da spielst du offensiv einen sehr guten fußball hast da 4 0 geführt hast ein starkes gegenpressing gefahren aber gegen bochum war überhaupt nicht zu erkennen das war schlechter als sogar in der hinrunde und dafür dass man unbedingt zeigen will dass man ja so gut ist und man jetzt seine trainingstage hatte war das kein guter einstand weil man auch höchstens auf augenhöhe war höchstens genau weiß ich nicht also vielleicht augenhöhe ist ein gutes stichwort um also generell auf die statistiken zu schauen die die zuschauer sehen es gerade haben es gerade schon die ganze zeit vor augen ja sehr gut sehr gute überleitung von den schüssen her sehr ausgeglichen auf augenhöhe 12 zu 12 auch ballbesitz 50 50 laufdistanz sind wir vier kilometer mehr gelaufen satten war ja in unserem ich glaube trainer vergleich von bommel kofeld hinrunden rückblick so ein bisschen besprochen dass uns das auch so ein bisschen gefehlt hat auch noch ein punkt zu weil das ist wieder ein spiel wo du siehst es nützt dir halt auch nicht wenn du mehr läuft weil in dem fall hatte ich wirklich das gefühl dass man eher hinterher gelaufen ist und wenn du 118 kilometer dem gegner gefühlt hinterher läuft ja ja bringt auch nichts viel laufen wie du willst aber da kann es auch 130 laufen wenn du den ball hinterher läuft und und bochum bochum den ball hinterher schieben kann dann bringt das auch nichts da hast du absolut recht zweikampfquote auf bochum seite finde ich auch immer so ein bisschen bezeichnend dafür wie gekämpft wird und wie wie die zweikampfwerte ist und wie der wille ist zu gewinnen ist jetzt auch nicht komplett aussagekräftig aber schaue ich auch immer gerne mal drauf und auch die passquote das also bochum 74 prozent wir liegen bei 73 prozent das kannst du nicht machen also ich ja die muss die muss um die 80 liegen und wenn wir so wie letzte saison um champions league oder generell um europa mit spielen wollen da muss die auch eher gegen richtung für richtung mit mittlere 80er bereich 85 prozent liegen und nicht bei 73 prozent das kann es nicht sein das ist mir auch im spiel mehrfach aufgefallen das 1-0 resultiert ja auch mit durch diesen durch diesen schlampigen ball von wehkos da auf russi das kannst du nicht machen das weiß ich nicht das wird dann auch bestraft das ist insgesamt auf dem papier bist du halt um das hier noch mal zu betonen du bist auf dem papier besser als bochum dann musst du auch eine viel bessere passquote haben wenn du gegen bayern oder dortmund so eine niedrige passquote hast okay weil da musst du auch mal mit konter spielen und eine risikoball nach vorne spielen aber gegen bochum hast du musst du es eigentlich schaffen eine sichere passquote zu haben und trotzdem gut offensiv fußball spielen das gegentor hatten wir ja gerade schon angesprochen das 1-0 fällt in der 65. durch pantovic wem 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 schiebst du wie viel die schuld zu wie viel prozent kriegt wehkos wie viel castels wie viel die verteidigung also der ball der zu wehkos gespielt wird von gerhard den fand ich auch nicht super gut trotzdem muss den wehkos geschickter an den an russi aufbringen also die verarbeitung von dem ball war überhaupt nicht gut dann geht er ja nach außen und die flanke ob die reinkommen darf weiß ich auch nicht darf nicht also wehkos nehmen wir mit rein dann nehmen wir den direkten gegenspieler bei der flanke mit rein ich weiß nicht mehr wer es war ich auch nicht und dann in der mitte ist ja ich weiß nicht also der ball fliegt an brux unter anderem vorbei und burnau die beide keinen gegenspieler hatten und der ball fliegt zu pantovic der eher von lacroix verteidigt wurde glaube ich ja lacroix steht ist ja dann auch in dem direkten zweikampf dann kommt castels noch raus aber nicht in energisch genug also entweder dann dadurch ziehen und den ball weg fausten oder festhalten oder dann halt auf der linie bleiben weil so ein energischer kopfball war es jetzt auch nicht weil es war doch ein kopfball oder ja also da wir haben ja auch castels gesagt dass er immer noch insuliert heute ist nichts an seiner leistung aus der letzten saison anknüpft bisher aber das war auch schon eine szene wo man ihnen mit rein nehmen muss dass das muss er besser machen das war zwar nicht gut gelöst okay das zum tor eine andere nachricht zum spiel bartosch wieder dabei achten siebzigste minute eingewechselt worden für russi haben wir haben jetzt hier müssen es leiten bild vorbereitet allzu viel kann man jetzt nicht sagen zwölf minuten gespielt wie gesagt 78 reingekommene passgenauigkeit von 83,3 prozent ein schuss natürlich nur tore tempo von 26,27 km h braucht man jetzt denke ich mal nicht nicht allzu viel analysieren möchtest du noch irgendwas ein zwei sätze dazu loswerden irgendwas noch dazu sagen ja weiß ich nicht also es war nichts entscheidendes von ihm dabei aber er ist halt wie wehkos mehr so ein deal spieler der weniger jetzt großartig bälle holt beziehungsweise holen kann weil ich weil ich einfach nicht glaube dass die die atemberaubende super technik besitzen und da muss man dann mehr unsere 10er unter anderem wie waldschmidt und philipp die da angefangen haben hinterfragen weil die das bindeglied sind weil die ein bisschen ja schon den stürmer füttern müssen auch wenn steffen oder auch steffen und matcher die jetzt zu dem zeitpunkt als bialeck gespielt hat auf dem feld waren das lief einfach nicht die stürmer waren in dem sinne die ärmsten ärmste sau auf dem feld und ja also ich sag mal so schön dass er wieder da ist und bialeck wird auch ins ins rollen kommen und ins laufen kommen sofern denn die ganze mannschaft anfängt wieder vernünftigen fußball zu spielen und schönen fußball zu spielen und dann auch wie gesagt wie die 10er wenn die oder die flügel spieler wenn die mitarbeiten dann kannst du den bialeck gut füttern mit sein weiß ich nicht 1 über 1 90 wollte er wohl sein 1 91 habe ich gerade nachgeschaut dann kann der auch funktionieren aber bei einem einzelnen rückstand gegen gegen bielefeld gegen bielefeld sage ich schon gegen bochum ja es ist das natürlich schwierig da die zwölf minuten zu beurteilen aber wir wollten es mal kurz mit reinbringen kurz damit anschneiden was wir natürlich auch anschneiden müssen wie ein kuchen ist die tabellensituation müssen müssen wir leider machen kuchen würde ich lieber anschneiden aber in dem fall ist die tabellensituation platz 14 der rote der der pfeil zeigt rot nach unten nicht wie bei bochum da zeigte grün nach oben bochum jetzt aktuell platz 11 nach 18 spielen wir auf platz 14 ja das sieht sehr beschissen aus und ich bin ganz ehrlich drei punkte zum abstiegsplatz ja abstiegsplatz und so spielen wir auch momentan und dass wir verstehen wir stehen da auch verdient unten und wir müssen alle wir müssen schnellstmöglich vor jetzt auch gegen hertha wir werden in der vorschau darauf eingehen müssen wir was machen wir müssen gewinnen wir brauchen siege da muss man auch sagen wir waren ja nicht so wir waren noch nicht so sehr fokussiert auf den abstiegsplatz in der vorschau weil wir einfach die euphorie hatten wie wir schon erwähnt haben nach diesem test spiel was natürlich darf man test spiel nicht zu groß an die glocke hängen aber was offensiv geleistet haben das waren gute ansätze das sah so aus als würde man jetzt guten offensiven fußball spielen wollen und sogar können aber gegen bochum hat man es ja gefühlt nicht einmal probiert offensiv zu spielen und das ist so ich weiß nicht die intensität des spiels also wille war halbweg zu erkennen an vielen stellen aber einfach die taktik vielleicht dass die taktik dann nicht so gut war ja ich weiß ich weiß es auch nicht vielleicht vielleicht kann kofeld uns das hier unter unser video schreiben woran gelegen hat und nicht irgendwelche komische presse ausreden da raushauen ja also ein stichwort der mir direkt einfällt für diese für das was gefehlt hat und was auch was ich bei einem frankfurt spiel gegen dortmund was am ende dann verloren haben aber trotzdem in der ersten halbzeit gesehen habe nämlich die antizipation die klaas glaube ich an vielen stellen relativ groß schreibt dass du nicht erst auf den dein gegenspieler drauf gehst wenn er den ball annimmt sondern auf deinen gegenspieler drauf gehst wenn der ball gespielt wird zu ihm das sind ein paar millisekunden die aber sehr entscheidend sein können wie der gegenspieler den ball annimmt oder du vielleicht sogar den ball abfängst und das ist an bei wolfsburg einfach überhaupt nicht zu erkennen dass man den ball schon vorher abfängt sondern man erst hinterher läuft oder erst presst wenn der gegenspieler den ball angenommen und das wird und das wird bestimmten faktor sein das würde dann ja auch so ein bisschen zweikampfquote vielleicht erklären oder auch die abgefangenen bälle also sowas alle gucken hier man hat in dem spiel nur sieben abgefangene bälle gehabt ja das ist ja das ist nicht nicht so dolle dass das ist auf jeden fall ein faktor und ich hoffe den werden wir jetzt demnächst in den griff bekommen wir haben noch ein bild vorbereitet was so ein bisschen auch mit der tabellensituation zu tun hat wie wie viel zeit geben wir kohfeld noch bis er fliegt oder wie viele wie viele niederlagen ich wollte ihm eigentlich jetzt die drei spiele geben und je nachdem wie viele punkte man aus diesem spiel nutzt und wie man spielt hätte ich dann nach dem leipzig spiel gesagt raus oder man kann mit ihm weiter arbeiten aber nachdem ich gesehen habe wie sie gegen bochum null verbesserung gezeigt haben sondern auch gefühlt wieder verschlechterung dachte ich mir schmeißt schmeißt den jetzt lieber raus und gibt dem trainer wenigstens die nächsten zwei spiele und das trainingslager dazu doch wie es sich anhört soll es nicht so sein weil schäfer in den rücken stärkt was ich nicht so ganz verstehen kann man schaut hier mal kurz auf unser bild was was ist was hat er jetzt besser gemacht als von bommel also von bommel da hatten wir viele gegentore hatten wir auch viele gegentore kassiert zum schluss aber davon waren sehr viele standard gegen tore wo man unkonzentriert war aus dem spiel heraus hatte man davon weniger bekommen und bei kofeld haben wir glaube ich bisher noch kein einziges standard gegen tor bekommen aber kriegen dafür so gegentore die einfach nur unnütz sind die dreck sind also ja 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 du sagst es kofeld zwölf spiele auf der trainerbank drei siege ein drei siege die direkt zu beginn ein unentschieden und dann acht niederlagen niederlagen serie von acht spielen tor differenz 11 zu 24 minus 13 das das kann man nicht ernst nehmen und ja bei von bommel ist es insgesamt in seinen spiel einen tor differenz von null ja also vielleicht genau 0 ich also auf jeden fall nicht minus 13 das kann ich euch versichern das kann ich euch versprechen hatte ja die vergleiche gemacht bei ihm war es ein minus drei bundesliga und dann glaube ich sogar plus oder ne minus äh äh minus 2 in der champions league also insgesamt minus 5 und das ist schon ein gewaltiger unterschied zu minus 13 ja also ich bin ich vor der vor der rückrunde hätte ich auch gesagt man schaut jetzt bis leipzig und dann und dann sehen wir weiter wenn er jetzt wenn er morgen rausgeschmissen wird wäre ich jetzt auch nicht traurig drum meinetwegen dann schmeißen raus bin ich bin ich voll dabei annehmen könnte dafür wie marsch den ich schon oft erwähnt habe kovac ich bin ich sitze im kovac boot ich bin komplett auf kovac island ich habe mir da ein haus gebaut ich bin da komplett mir geht es da richtig gut er hat er hat bei frankfurt gute arbeit geleistet bei bayern lief es dann überhaupt nicht das ist dann die frage wie gut er es hier in wolfsburg schafft da ist ein marsch mit seinem fußball leipzig gescheitert okay aber die wollen anscheinend mehr bei besitz spielen aber das was ich sehen will ist dieser rb fußball den marsch perfektioniert würde ich fast schon sagen also wirklich bei salzburg ja perfektionieren musste sogar weißt du was wir sprechen aber der ist auch eine möglichkeit wir sprechen in einem extra video nochmal 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 darüber wenn dann kovac endgültig gefeuert ist nach dem leipzig spiel wenn wir dann die nächsten zwei niederlagen jetzt gegen hertha und gegen leipzig kassiert haben und dann werden wir nochmal genauer auf so trainer und sowas eingehen können das ist denke ich mal ganz easy da wird uns kovac schon den gefallen tun das ist das ist denke ich denke ich mal machbar was hoffentlich auch machbar ist ist uns ein like da zu lassen wenn euch das video gefallen hat ein abo da zu lassen damit ihr kein kein video mehr verpasst und wenn ihr schon dabei seid auch die glocke zu aktivieren das wird uns wirklich sehr freuen gerne auch kommentare schreiben das hilft algorithmus und so und video pushen und teilen und freunden zeigen was ihr mögt worauf ihr bock habt leon ich bedanke mich ich bedanke mich bei euch gut kick bis zum nächsten mal